Willkommen bei Projekttrainer 65. Heute ist Mittag 242. Wir sind hier in Konolfingen an einer Hoteleröffnung. Und man heisst hier mit dir? Monika. Monika, ich möchte, dass du dich auf eine Zahl konzentrierst. Und zwar eine, die für dich relevant ist. Deine Glückszahl für uns. Hast du eine Glückszahl? Ja. Ich möchte, dass du dich auf deine Glückszahl konzentrierst. Und ich nehme an, es ist eine zwischen 1 und 100. Und die meisten Leute wählen dann 7, aber ich nehme nicht an, dass du 7 gewählt hast, weil ich denke, dass du damit gerechnet hast, dass ich damit rechne, dass du 7 würdest wählen. Ähm, nein, ich bekomme nicht 7 gewählt. Und du hast auch nicht die 13 gewählt, die die häufigste gewählte Zahl war. Nein, nein. Ok, konzentrierst du dich auf deine Glückszahl? Genau. Und ähm, es ist etwas zwischen 1 und 100. Ok. Konzentrierst du dich auf die ersten Ziffer? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ist das 5? Ja. Also etwas mit 50. Konzentrierst du dich auf die zweite Ziffer? Ich sage kurz alle Ziffer und probiere deine Reaktionen abzulesen. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Ich glaube, es ist 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 0,8. Ich glaube, es ist 0. Ist es 50? Ja. 50 deine Glückszahl? Ja, es ist das. Genau. Gut, perfekt. Danke schön für's Helfer. Danke vielmals. Du wusstest nicht, dass es 50 wird? Nein. Nein. Aber du wirst gleich 50. Auch nicht, aber... Das ist krass. Schön. Danke schön. Bist du auch abgefahren? Wie? Bist du nachgefahren? Nein. Nein, ich habe probiert gar nicht so über das Netzwerk zu zeigen. Wie hast du es gefunden? Ja, super. Ich habe eh total super gefunden, was du machst. Also, ja. Ich bin froh, dass ich endlich die Glückszahl von meiner Frau gekannt habe. Aber als du sie vorher gekannt hast, irritiert mich ein bisschen. Das ist grossartig. Ja, super. Gratuliere. Mach's weiter. Danke. Ja, super. Aber ich muss auch immer nach aussen werden, wer das alles weisst. Unglaublich. Also... Ich freue mich auf die weiteren 100... oder wie viel musst du noch machen? 120. 120? 120, ja. Also ich schaue sicher mal... 2, 3, 4. Danke schön. Ja, stupendo, meraviglioso, incredibile. Danke schön.